Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es dauert eine Weile, ja? Ist der Nachteil, wenn man viel Gesundheit hat. Ganz, ganz langsam. Wie gesagt, ich musste dafür echt damals nachforschen. Das klingt komisch, es ist aber so. Tatsächlich. Übrigens, wenn ihr die Parts seht, könnte es sein, dass dann schon das Battle zwischen mir und den Zepid läuft. Zu Command & Conquer. Wir haben uns für Alarmstufe Rot entschieden, den ersten Teil. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf, gegen ihn mich zu battlen, einmal mehr. Und gleich bin ich tot, das wär's. Speicher mal. Genau, da kommt nämlich dieses Blitzkirchen, dieses Donnergeräusch. Und der Weg hat sich uns eröffnet. Und da steht er. Schrein des Rätselkanals mit dem Fürsten. Seid ihr auf der Pilgerfahrt hier? Ich vermute, euer silbernes Langschwert ist für mich. Wie ihr seht, ich bin unbewaffnet. Aber ihr seid tapfer und galant. Gebt ihr mir euer Langschwert, sodass ich gegen euch eine Chance habe? Ja, nehmt es. Ja, ich nehme dieses Schwert an. Habt Dank, Viper. Ihr habt Anstand. Ihr solltet die Endschrift auf dem Schrein lesen, um eure Pilgerfreise zu vollenden. Die Gnade der Ritterlichkeit. Was hab ich denn dadurch jetzt gekriegt? Wasseratmung und Flossen. Segnung des Rätselkanals. Bisset ihr Bescheid. Da ist gar nichts. Ja, dann haben wir das jetzt auch. Na, Raddy? So. Die Olle, Raddy, du. So, und schon sind wir damit durch. Und können jetzt wieder nach Seder nien. Und von dort aus dann mit dem Schlickschreitern nach. Gnises wird, glaube ich, das nächste Ziel, ne? Wenn ich mich nicht irre. Schrein der Großzügigkeit haben wir. Schrein der Ritterlichkeit haben wir auch. Schrein der Gerechtigkeit. Maske des Vivik. Genau, die ist in Vivik. Und die Koalhöhle ist in der Nähe von Vivik. Und dann kommt der Geisterwall. Und dann sind wir durch. Dann können wir dem Tempel beitreten, Freunde. Was habe ich damals verzweifelt gesucht nach diesem Schrein? Wie ein Bekloppter. Also es könnte dann sein, dass die Levitation dann auch wahrscheinlich nachlässt. Ist dann aber auch tatsächlich nicht so wahnsinnig wild. Weil ich kann ja nicht ewig halten. Geht ja nicht. Eigentlich, theoretisch könnte ich ja eigentlich auch hochgleiten, ne? Könnte ich ja. Es würde nur wesentlich länger dauern, aber... Soll ich das mal machen? Einfach mal über Morrowind hinleiten? Ich meine, das wäre für euch total öde. Ja, ich nehme den Schlickschreiter. Das geht schneller. Das ist für euch nicht so öde. Da sieht man Schlachterfisch drin schwimmen. Und wir sind wieder in der Bitterküste. So schnell kann das gehen. Sieht total interessant aus, wie er läuft. Ich gleite hoch oben über den Himmel. Höher als die Klippenläufer. Ihr Spackos. Mit dieser komischen Robe. Da liegt ein Schiffswrack. Hm. Ich geh aber nicht auf den Sonnenuntergang zu. Was? Wie? Oh, kommst du dich ran, Mannfu? Hallöchen, Popöchen. Na? Bist du neidisch auf mich, hä? Und tschüss, Mann. So. Er wollte gegen mich antreten. Selber schuld. Seydanin. Da ist der Leuchtturm wieder. Da will ich aber nicht hin. Nochmal hier der Anfangsbereich. Das Zensus- und Steueramt. Wo wir ja die Alte ermordet haben, wie sich herausgestellt hatte. Nicht gerade die richtige Entscheidung war. Die Tante gleitet auch immer weiter weg von ihrem Schlickschreiter, was ich auch sehr toll finde. Und wir gehen jetzt nach Gnosis. Jetzt hat auch die Levitation aufgehört. Jetzt sind wir wieder normal unterwegs. Wir wollen nach ganz oben. Denn oben ist die Maske. Da ist der Schrein davon. Und da liegt die Maske selber. Und der nächste Segen. Die Gnade der Gerechtigkeit. Habt Dank für eure Gerechtigkeit, Fürst Vivik. Ich werde niemals grausam oder wirkürlich handeln, denn nur Gerechtigkeit bringt unserem Volk Liebe, Vertrauen und Respekt. Das sollte sich unsere heutige Gesellschaft auch mal zu Herzen nehmen. Ich weiß, uh, Gesellschaftskritik. Ja. Könnt ihr mal sehen. Freunde. Und jeder fängt bei sich selber an. Hass bekämpft man mit Liebe. Und nicht umgekehrt. Na, mein Freund, was ist los? Hainab hat dort meine Hose gestohlen. Werde ich, Herr Badner, im Stall Hainab, lasse mir meine Hosen. Vielleicht könnt ihr mit ihm reden und mir meine Hose zurückbringen. Können wir machen, mein Freund. Wie ich ihn finde. Gibt es etwas, das ich für euch tun kann? Ui, das hört sich aber kräftig nach Raucherhusten an. Mein lieber Herr Gesangsverein. Richtig schön einen abgeröchelt. Wo ist er denn hier? Da ist er auch nicht. Äh, Lasami. Das ist die Festung. Lasami, da oben. Äh, so. Okay, das war jetzt ich gerade von Nutzen, aber egal. Dann ist er irgendwo unterwegs. Vielleicht eine nette Taverne? Wer bist du denn hier? War hier nicht sogar auch Kultist unterwegs? Von... Ah, da ist er ja. Hosen. Die Sender könnte sie nicht einmal ohne Hilfe anziehen. Mhm. Warum sagt ihr nicht gleich, dass euch die Hosen so wichtig sind? Hier, nehmt sie. Sollte ja nur ein Witz sein. Mhm. Ja. Anderen die Hosen zu klauen, ist immer total witzig. Viel habe ich nicht, was ich euch geben könnte. Äh, nur ein wenig Häcksel. Hier, nehmt es. Danke, dass ihr meine Hosen zurückgebracht habt. Perkselblatt. Der Mann wollte halt nicht wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses angezeigt werden. Was man durchaus nachvollziehen kann. So, jetzt müssen wir noch die Koal-Höhle finden. Da ist sie. Da wollen wir hin. Äh, 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 äh. Da hatten wir ja damals ja auch den Gläubigen hingebracht. Das ist nämlich genau dieselbe Höhle. Und jetzt müssen wir selber da hin. Aus dem gleichen Grund. Da haben wir ihn. Ne? Arme Pilger-Hilfen. Koal-Höhle. Die Gnade der Tapferkeit. Habt gedankt für eure Tapferkeit, Fürst Wieweg. Ich werde nicht verzagen oder fliehen, sondern mich meinen Feinden und Ängsten stellen. Gibt's hier eigentlich irgendwas Besonderes? Ja, ein Schlachterfisch. Ich weiß, Lars, du kannst doch nicht einen Ort des Glaubens plündern. Doch, natürlich kann ich das. Und die Wasseratmung hab ich sowieso. Also von daher passt das doch. Ist doch geradezu ideal dafür. Mal ein bisschen zu plündern und zu looten. Aber hier scheint es nicht mal viel zu geben. Öh. Oh, Kriegshärr. Öh. Ein droi Kriegshärr. Hat er von hier aus die Angriffe der Drücke koordiniert oder wie muss ich mir das vorstellen? In Oblivion ist das glaube ich so, dass es von jedem, ich glaube von jeder Tierart soll es ein großes geben. Große Muschel, in der nix drin ist. Toll. Oh. Ich höre fliegen. Ist immer ein sehr gutes Zeichen. Tja. Scheiße gelaufen, würde ich mal sagen. Mitten im Nirgendwo? Okay. Gut. Warum nicht, ne? Ich vermute mal, dass er irgendwie von dem Vieh erwischt wurde und dann irgendwie an seiner Verletzung gestorben ist oder so. Könnte ich mir vorstellen. Tja. War jetzt nicht unbedingt das Loot, was ich mir erhofft hatte. Aber okay, ich nehme es auch. Was haben wir hier? Das ist die Muschel. Da habe ich schon geguckt. Ja, ja. Nicht mal von heiligen Orten lässt er hier sich abbringen. Unglaublich sowas. Ich weiß. Macht aber nix. Was haben wir hier? Ah, noch eine Perle. Geil. Eine Perle für meine Perle. Haben wir von da? Ja, sieht so aus. Können wir hier nochmal hin? Von da komme ich sogar. Da wollte ich hin. Ich will ins Unbekannte. Zumindest im Spiel. Noch eine Perle. Und noch eine Perle. Jawoll. Und hier geht es nicht weiter. Vielleicht fehlen ich ja noch mehr Leichen hier. Man weiß es ja nicht. Von da kam ich, glaube ich, ne? Ja. Gut, dass ich die Wasseratmung habe. Schade, da ist nichts drin. Da haben wir noch was. Ah, da geht's weiter. Ich bin ja nicht neugierig oder so, ne? Überhaupt nicht. Schade, da ist gar nichts. Ach, einen Droog-Kriegsherr habe ich noch nie gehabt. Der war auch ein bisschen stärker als die normalen Droog. Und dann schreibt mir der Lothar in den Kommentaren. Mensch Lars, den hättest du noch brauchen können. Da hättest du die und die Quest mitmachen können. Ja, achso, ja. Zu spät. Der ist tot. Da ist er tot. Da ist er tot. Oder wie der Dennis so schön zu sagen fliegt. Da ist er down. Also, die Chemofelder haben wir. Den Mond haben wir. Den Palast haben wir. Den Rätselkanal haben wir. Die Maske haben wir. Die Koalhöhle haben wir. Jetzt ist nur noch der Geisterwahl übrig. Vor allem sagt er zu mir und geht von mir weg. Was soll ich jetzt davon halten? Mal ganz ehrlich. So, dann würde ich sagen, wirken wir nochmal die Rückkehr. Ich habe einfach keine Lust zu laufen. Dann holen wir uns so nebenbei mal die letzte Beförderung ab. Beförderung. Primas. Dankeschön. Und damit sind wir nochmal durch mit dem kaiserlichen Kult. Diesmal aber wirklich. Sehr schön. Dann haben wir die Fraktion abgeschlossen. Und wir sind den Tempel ja schon beigetreten. Jetzt brauchen wir nur noch zum Geisterwahl zu gehen und dort die Sachen zu erledigen. Und dann können wir die ersten Quests für den Tempel erledigen. Was ist eigentlich Voraussetzung für den Tempel? Ach, der steht sogar ganz oben. Charisma, Intelligenz. Ohne Rüstung, Alchemie, Wiederherstellung, Mystical. Oh, okay. Stupfe Waffe. Also können wir damit fertig werden. Hervorragend. Sehr gut. Dann steht ja uns nichts mehr im Wege. Was sagtet ihr? Was sagtet ihr? Ach, herrlich. Warte mal, wir haben doch noch die großen Feuerbälle. 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 Da ist er. Die Levitation ist zwar nicht mehr da, dass es macht, aber nichts. Das ist nicht allzu schlimm. Oh. Was ist das denn? Geht auch. Geht auch. Und der ist auch down. Da ist er down. Da ist er down. So, irgendwo hier war, glaube ich, mal eine Grotte. Kann das sein? War hier mal eine Grotte? Nö. Okay. Dann wieder raus. Schlachterfisch freut sich erst mal so. Ja, geil. Endlich was zu essen. Dann so. Oh, scheiße. Schon wieder weg. Mano. Und Zerstörung auf 35. Sehr schön. Wunderbar. Unsere Magie kommt langsam auch ein bisschen voran. Sie schreitet quasi weiter voran. Fühlt total geil. Mal eben so ein Vorbeigehen. Zack. Erledigt. Ich find's gut. Lass mich raten. An dem nächsten Zugang nach Cedanin sitzt wie ja der blöde Träumer rum. Erledigt. Richtig? Was? Oh, natürlich. Nö. Der ist erst mal tot geblieben. Und das Vieh ist auch tot. Sehr schön. So muss es sein. Jedes Mal denke ich, dass das eine Ratte oder sowas ist. Jedes Mal. Ich falle da jedes Mal drauf rein. Schlimm ist das. Da falle ich jedes Mal drauf rein. Drei von zehn. Okay. Nein. Beim Mora. Da wollten wir hin. Und von dort aus dann direkt zum Geisterwall. Der ja inzwischen nicht mehr aktiv ist. Der ist ja jetzt inaktiv. Und ich seh gerade, wir sind kurz vor dem Ende der, keine Ahnung, befiehnten Aufnahmesession von Elder Scrolls 3 Morrowind. Hat ein bisschen verplant angefangen, aber hat doch so langsam an Schwung dazu gewonnen, würde ich sagen. Die ersten Parts für den Oktober. Also man könnte bald sagen, wenn es so weiter geht, dass das Let's Play dann ein Jahr läuft. Und ich möchte dazu hinzufügen, ohne Pause wohlgemerkt. Also bisher kam jede Woche ein Part raus zu Morrowind. Ich glaube, ich werde hier mal kurz rasten. Erste Saat. Tag. Wow, wow, wow. Mein Freund. Was ist das denn hier? Was für eine Begrüßung. Aber ich würde sagen, den Geisterwall würde ich ganz gerne noch abschließen. Weil dann können wir beim nächsten Mal dann direkt eine Quest für die, für den Tempel erledigen. Geisterpforte, genau. Da wollen wir hin. Kommen wahrscheinlich nochmal ein paar Gegner auf uns zu, aber das ist ja nicht schlimm. Die hauen wir dann auch nochmal eben weg. Kein Thema. Da haben wir zum Beispiel einen Kakutti. Und tschüss. Gut, ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass ein Flederschatten oder so noch was uns entgegenkommt, aber nö. Also heute haben wir mehr gegen Tiere gekämpft als gegen Dädra. Tatsächlich. Gut, und gegen ein paar Anbeter und Banditen. Und ein Sandsturm kommt auf. Ach ja, ich wollte ja die Aschländer eigentlich noch besuchen, ne. Machen wir dann in der nächsten Aufnahme. Würde ich vorschlagen. Ja, ist klar, ey. Am Ende der Aufnahmesession kommen sie nochmal. Natürlich. Meine Freunde, die Clip-Läufer, die dürfen natürlich nicht fehlen. So, mittlerweile wissen wir ja auch, wer Wolf war. Das haben wir ja jetzt auch in Erfahrung gebracht. Sogar direkt am Anfang der Aufnahmesession, dass das Tiber-Septim war, alias Talos. Wie er ja später hauptsächlich genannt wird. Natürlich, noch so ein blödes Vieh. Ja, soviel zum Thema, die ignorieren einen. Mhm, sieht man. Nachdem die Quest erledigt ist, die Main-Quest, verfolgen die uns immer noch, wie die Bekloppten. Wie die Besessenen. Habe ich die Ratte so ein bisschen aus der Fassung gebracht. Da hinten sehe ich noch eine Ratte. Auch die hauen wir gleich weg. Ah, da haben wir noch einen Shike. Auch den klatschen wir weg. Und tschüss, Mann. Pestkrank, Pestkrank. Habe ich mir gedacht. Die hat sich nämlich nicht bewegt. Deswegen konnte ich mir das irgendwie schon vorstellen, dass die Pestkrank ist. So, dann müssen wir auch gleich schon bei der Geisterpforte ankommen. Das müsste ja jetzt echt schnell gehen. Ah, da kommt sie schon. Die inaktive Mauer. Da haben wir sie. Dadurch, dass ja Dagoth besiegt ist, ist sie ja jetzt nicht mehr von Nöten. Gott sei Dank nicht mehr von Nöten. Äh, wo haben wir denn hier... Nee. Ich wollte in den Schrein gerne besuchen. Geisterpforte. Da komme ich her. Ich wollte zum Tempel. Da wollte ich hin. Ich glaube, der Schrein befindet sich hier. Films, Flotes, Wevex, Meeres, Nerewa. Ja, wir haben unseren eigenen Schrein hier. Räums, Aralor, Serin. Aber wo ist der besonderes Schrein? Steht das irgendwie in dem Buch drin, wo der sich befindet? Müsste ja eigentlich. Äh, der Pilgermarkt, der Feuer... Nee, den ganzen Weg bis zur Kreise... Innerhalb des Geisterwalds ist gefährlich. Das stimmt. Selbst der Furchtsame sollte sicher sein. Solange er nicht weit von der Geisterpforte entfernt umherstreift. Und sofort flieht, wenn er einen der Günstlinge Dagoth-Urs erblickt. Entlang... Genau. Schrein sprecht. So ist es üblich an Seelenstein als... Die Kunde eurer Taten eilt euch voraus. Ich habe... Kann das sein, dass da draußen steht? Der Schrein? Oder irgendwo hier mittendrin? Unter Sonne und Himmel. Wir begrüßen euch. Wo ist denn hier der... Äh! Also hier ist er schon mal nicht. Möge dir das... Es tut so gut, euch zu sehen. Die schmeicheln mir alle. Schleimer. Haben alle was wir hier gut zu machen. Dadurch, dass wir uns ja vorher beleidigt haben. Untere Ebene. Vielleicht ist er da. Also ich suche jetzt... Ich suche jetzt hier nochmal, bis ich diesen blöden Kackschrein gefunden habe. Genau. Der Schrein ist genau in den Unterkünften. Wäre auch mal interessant. Ein Schrein in den Unterkünften. Was ist los? Ah, Lob. Ruhig dich mal. Das ist aber sehr großzügig von dir. Ne, also hier ist er nicht. Also müsste der dann draußen sein. Entweder ist er draußen oder im anderen Turm. Und ich habe ihn einfach nicht gesehen. Das kann auch sein. Ich wusste es. Nee, da ist... Nee, das ist der Baum. Ich wollte gerade sagen, da ist er ja, der Schrein. Nee, das ist er nicht. Äh, äh. Das ist er nicht. Ich frage mich, wo hier denn der Schrein ist. Wo ist hier der Schrein? Da sind wir in Korros. Hm. Dann muss der Schrein ja hier mit sein. Ich würde mal vermuten, dass er oben steht. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es ist solch eine Ehre, euch zu sehen. Die Kunde eurer Taten eilt euch voraus. Ich habe Gutes über euch gehört. Na, ein Pilger-Schrein. Mhm. Aber wo steht der? Das sagt mir einfach keiner. Wo dieser Kack-Schrein steht. Ich will doch nur wissen, wo der Schrein steht. Verdammte Scheiße. Ist das denn so schwer? Ja. Wenigstens eine, die sich mal freut. Hm. Komme ich nicht rein? Der trägt einen tätrischen Helm. Ich glaube es nicht. Die tragen alle hier Vulkanglasrüstung und so weiter. Was ist denn das hier? Haus Redoran. Pilgerreise. Keiner sagt mir, wo dieses Kack-Ding steht. Irgendwo muss das Ding doch sein. Genau. Und hier ist er uns erschienen. Damals. Wulf. Würde dir das finden, was ihr sucht. Das gibt es doch nicht. Wo steht der fucking Schrein? Der muss doch hier irgendwo sein. Ich gehe mal raus. Müsst ihr hier? Oder steht er da? Ne. Da ist er auch nicht. Vielleicht auf dem Dach. Komm ich nicht hoch. Das gibt es doch nicht. Der muss doch hier irgendwo sein, der Schrein. Das kann doch nicht sein, dass er hier nicht ist. Aber echt, ey. Wo ist der fucking Schrein? Der müsste doch hier irgendwo sein dann. Au. Au. Gibt es doch gar nicht. Doch bei Roller. Ich entferne mich wahrscheinlich gerade total von dem Schrein. Ja. Tue ich auch. Denn der Schrein ist irgendwo dort mit dabei. Irgendwo da muss er doch stehen. Das kann doch nicht sein. Dass er da nicht steht. Verdammt nochmal. Ich will diesen Kackschrein noch mitnehmen. Au. Geisterpforte. Die Geisterpforte kann doch... Au. Kann doch nicht unnötig so weit gestreckt sein. Gut, ab da beginnt das Aschland. Ja, war klar. Natürlich. Oh, bist du stecken geblieben? Das tut mir aber nicht leid. Au. Also muss das irgendwo hier drinnen sein. Der Schrein. Kann doch sein. Ich klicke jetzt gleich mal alle Schreine an, die mir da über den Weg laufen. Nein. 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 Watt. Der Wut. Wie wächst. Okay. Nein. Nö. Nein. 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 Nö. Nein. Auch nicht. Toll. Wo ist dieser scheiß Schrein, Mann? Das kann doch nicht sein, dass er hier nicht ist. Der muss doch hier irgendwo stehen. Was ist das denn? Okay. Eine Truhe mitten in der Wand. Gut. Okay. Alles klar. Es tut so gut euch. Kein Problem. Einfach mal schön in die Wand gezimmert. Passt schon. Ich bin ein bisschen genervt jetzt. Das muss ich schon sagen. Wenn ich diesen Kackschrein nicht finde. Daher gucke ich nach und dann ist es total offensichtlich. Ich bin ein CV-Signor, ich nirre-Varine. Mensch. Du darfst von einem Orientator. Ich bin begeistert. Oder muss ich dahinter gehen? Weil sich der Schrein irgendwo dahinter befindet. Ne. Roter Berg. Das kann es auch nicht sein. Ich kann die Kreaturen nicht ausbüchsen lassen. Das geht nicht. Interessanterweise hat sich auch sofort die Tür hier geschlossen. Wisst ihr was? Ich wecke jetzt mal die Levitation. Sofern sie klappt. Das habe ich mir gedacht. Jetzt klappt sie. Das hätte ich nämlich gedacht, dass es vielleicht auf dem Dach ist. Nö, ist es auch nicht. Oh Mann. Weil ihr sollt ja auch wissen, was der Effekt des Schreins ist. Aber ich weiß ums Verreckt nicht, wo dieser Schallschrein steht. Dieser bekackte Schrein. Ich finde den nicht. Das ist doch wohl nicht wahr. Das ist schon wieder die Arschlandregion. Ah, doof. Echt doof. Mann. Türen alle geöffnet, ne? Und nirgendwo ist dieser Kackschrein. Und keiner sagt mir mal irgendwie, ja, der Schrein steht da und da. Ja, toll. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er hier irgendwie in den Unterkünften ist. Er müsste da schon im öffentlichen Bereich sein. Hm. Sag mal. Nochmal eben aufsetzen. Steht im Geisterwall, nordöstlich der Geisterpforte. Steht im Geisterwall. Nordöstlich der Geisterpforte. Wie er, wieder diese Scheiße, wie er dieselbe Mist. Das gibt's doch nicht. Nordöstlich. Nordöstlich. Das heißt, das ist direkt hinter der Grenze. Nordöstlich. Nordöstlich. Gucken wir mal. Das heißt, wir töten nochmal eben ein paar von denen hier. Von den Pennern. Aber so weit nordöstlich kann das eigentlich gar nicht sein. Ah. Gefunden. Jawoll. Au. Speer auf 88. Jawoll. Sehr schön. Wunderbar. Und lass die Gnade des Stolzes. Ja. Damit haben wir jetzt alle Sachen erledigt, liebe Leute. Ich würde dann sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Sag ich schon mal so. Ich werde jetzt gleich nochmal die Rückkehr wirken, damit ich wie ein Ebenerz bin, weil ich möchte ungern hier bleiben. Beziehungsweise eigentlich kann ich auch zu Fuß wieder zurückgehen. Alleop. Und ja, ich würde dann sagen, beim nächsten Mal bearbeiten wir dann ein bisschen den Tempel. Ja. Ich mache jetzt Schluss hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play The Elder Scrolls 3 Morrowind. Das ist dann die zweite optionale Session, die dann kommen wird. Ich bedanke mich bei euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Was auch immer, wenn ihr mir jetzt guckt werdet, der Höhlenholt will mich noch angreifen. Dann hauen wir den noch weg. So, erledigt. Noch was? Ja, der Klippenläufer hier. Wo ist es doch? Ich wusste doch, dass du die Griffe nicht von mir lassen kannst. Alte Sau. So. Jetzt aber. Liebe Leute, ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wie heißt, Elder Scrolls 3 Morrowind. Und bei Sato sage ich nun, euer Weibbefan sagt Ciao. Auf bald. Bis bald. Und Tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020